Hallihallo, ich grüße euch zu diesem neuen Video. Auf der letzten Pressekonferenz machte Lothar Wieler folgende Aussage. Das Risiko, dass Geimpfte wegen Covid-19 ins Krankenhaus müssen, ist zurzeit zehnmal geringer als bei Nicht-Geimpften. Und es stellt sich die Frage, worauf die Zahlen basieren und welcher Wahrheitsgehalt da drin steckt. Schauen wir doch mal bei den offiziellen Auswertungen vom RKI zum Thema Impfdurchbrüche. Auf den Seiten des RKI erscheint jeden Donnerstag ein neuer Wochenbericht. Der Aufbau der Wochenberichte hat sich geändert und nur die letzten vier sind wirklich miteinander vergleichbar. Deswegen fangen wir mal mit dem vom 19.8. an. Ziemlich weit unten auf der Seite findet man dann diese Tabelle. Die ist strukturiert nach Altersgruppen 12 bis 17, 18 bis 59 und Alter größer 60. Mich interessiert vornehmlich die Altersgruppe über 60, weil die ja auch am meisten betroffen sind. Die kumulierten Werte seit KW 05 sind völlig unbrauchbar, einfach aufgrund dessen, dass ja die ganze Impfkampagne da erst losging. Einen wirklichen halbwegs brauchbaren Wert ergibt sich aus der KW-Auflistung hier. Da werden immer vier Wochen zusammengefasst und dann dementsprechend unterschieden zwischen geimpft und nicht geimpft. Ich übernehme jetzt hier die Werte in eine Excel-Tabelle und dann schauen wir mal, was die Zahlen ergeben. Es ist sehr interessant, denke ich. So, dann kommen wir mal zur Auswertung. Zunächst fällt hier erstmal auf, es werden nur symptomatische Covid-19-Fälle ausgewertet. Was eigentlich sehr interessant ist, denn das ist eine Forderung, die viele Verschwörungstheoretiker schon seit ewiger Zeit stellen. Ja, betrachten wir mal nüchtern die Zahlen. Der Anteil der wahrscheinlichen Impfdurchbrüche liegt momentan bei 41,8% in dieser Altersgruppe. Was erstmal sehr viel klingt, hu, fast die Hälfte sind Impfdurchbrüche. Ist aber nicht ganz richtig, da die Gruppe der Geimpften etwa viermal so groß ist wie die Gruppe der Ungeimpften. Das heißt, diese Zahlen müssen erstmal ins Verhältnis gesetzt werden. Kommen wir gleich zu. Betrachten wir zuerst einmal die Impfrate in dieser Personengruppe. Die ist von 79,6 auf 82% gestiegen. Bezogen auf den ersten Wert ist das ein Wachstum von 3,02%. Jetzt finden wir erstmal heraus, was dieser Einfluss von 3,02% Wachstum in der einen Gruppe an Erinnerung in der anderen Gruppe ausmacht. Dazu nehmen wir jetzt einfach eine virtuelle Gruppe von 1000 Personen und tragen die Impfraten direkt ein. Dabei sieht man, dass die Gruppe der Geimpften um 24 Personen gestiegen ist und die Ungeimpften um 24 Personen verringert wurden. Das wiederum umgerechnet auf einen prozentualen Anteil ergibt 3,02% Steigerung bei den Geimpften und ein Rückgang um 11,76% bei den Ungeimpften. So, damit haben wir also die zu erwartende Veränderung im Verlauf berechnet. Das heißt, alles was bei den Geimpften im Rahmen von 3% steigt, ist völlig normal und was bei den Ungeimpften im Rahmen von 12% fällt, ist ebenfalls normal. Tatsächlich ergibt sich bei den Werten aber ein ganz anderes Bild und ja, schauen wir mal, wie sich der Verlauf über die letzten sechs Wochen entwickelt hat. Die symptomatischen Fälle sind um 150% gestiegen, wobei 100% eine Verdoppelung der Zahl darstellt. In dieser Zeit sind die wahrscheinlichen Impfdurchbrüche um 193% gestiegen. Somit liegt dieser Wert 43% höher als die Gesamtzahl aller Fälle, was weit über den erwarteten 3% liegt. Berechnet man jetzt nur noch den Anteil der Ungeimpften, so zeigt sich dabei, dieser Anteil ist insgesamt um 126% gestiegen, dementsprechend 24% weniger als der Durchschnitt. Wie gesagt, zu erwarten wären hier rund 12% gewesen. Kommen wir zu den Hospitalisierten. Gesamtanstieg der Hospitalisierten 134%. Gleichzeitig, die Fälle mit wahrscheinlichen Impfdurchbruch, einen Anstieg um 213%. 79% über den Normalwert. Bei den Ungeimpften Hospitalisierten ist dieser Wert um 120% gestiegen, dementsprechend 14% weniger als der Gesamtwert. Das liegt noch so in etwa in dem Toleranzbereich von den erwarteten 12%. Noch extremer wird das Bild auf den Intensivstationen. Dort haben wir einen Anstieg gehabt von 194%. Der Anteil der Personen mit wahrscheinlichen Impfdurchbruch ist in der Zeit um 500% gestiegen und liegt damit 306% über dem, was die Gesamtzahl ausmacht. Der Anteil der Ungeimpften ist nur um 162% gestiegen, was einen Rückgang von 31% ausmacht. Im Vergleich zur Gesamtzahl zu erwarten wären 12% gewesen. Und zum Schluss kommen wir zu den Verstorbenen. Dort gab es einen Anstieg von 175% und bei den Personen mit wahrscheinlichem Impfdurchbruch stieg dieser Wert um 384%. Was dementsprechend 209% über dem Gesamtschnitt liegt. Der Anteil der Ungeimpften ist nur um 137% gestiegen und liegt damit 38% unterhalb des Gesamtschnitts. Kommen wir zum Fazit. Ja, keine Frage. Die Geimpften stehen aktuell zahlentechnisch natürlich noch besser da. Bezogen auf die Gesamtzahl der Bevölkerung. Aber über die letzten sechs Wochen zeichnet sich ein Trend ab, der vielleicht zu einer Umkehr führen wird. Nüchtern betrachtet ist es eigentlich eine Unfassbarkeit von einer Pandemie der Ungeimpften zu sprechen. Denn bezogen auf das Gesamtgeschehen ist der Anteil der Geimpften doch verdammt hoch. Und im zeitlichen Verlauf zeigt sich, dass dieser Anteil überproportional steigt. Die Impfdurchbrüche bei allen Fällen sind von 35,7 auf 41,8% gestiegen. Eine Zuwachsrate von 17%, bei den Hospitalisierten von 14,8 auf 19,8% eine Steigerung von 34%, bei den Intensivstationen von 9,3 auf 19%, 104% Steigerungsrate, wie gesagt erwartbar wären 3%. Und bei den Todesfällen von 15,4 auf 27,2% ein Zuwachs von 77%. Oder anders gesagt, von den Verstorbenen war zumindest ein Viertel geimpft. Ja, das Ganze ist jetzt nur eine kurze Auswertung von dem, was die Zahlen hergeben. Interessant wird sein, wie sich der Herbst entwickelt und ob die Schere weiter auseinanderläuft. Wir werden sehen, wie lange wir noch eine Pandemie der Ungeimpften haben. Wenn euch meine Arbeit gefällt, lasst ein Like oder Abo da. Und wenn ihr kommentiert oder teilt, freue ich mich noch mehr. floatuz. Das grapple estoy. 登録. Bekannt. Bekannt. Bekannt.